Subta Dhanurasana, der liegende Bogen, wird auch genannt Parshva Dhanurasana und ist eine schöne Übung für Menschen mit Mittelstufenniveau, die in die fortgeschrittenen Rückbeugen hineinkommen wollen. Vom normalen Bogen aus, Dhanurasana, drehe dich einfach zur Seite und dann strecke die Füße nach hinten aus, soweit du kannst und du kannst aber auch den Kopf weiter nach hinten geben. Du kannst aber entweder den Kopf auf dem Boden halten oder du kannst auch den Kopf heben. Dann ist es auch eine Übung zur Stärkung der seitlichen Halsmuskeln. Der Vorteil auf der Seite ist, die Schwerkraft wirkt nicht gegen dich, sondern die Schwerkraft ist hier neutral. Du kannst also mit den Füßen kräftig die Hände nach hinten drücken und so wirst du in Schulter, Bauch und Brustkorb und auch in den Hüftgelenken immer weiter in die Rückbeuge gebracht.